Musik Wir suchen uns eine Matte aus und legen die Kinder noch mal hin, ich gebe euch noch mal eine Gießkanne, den könnt ihr sich noch mal begießen. Bei den Löffmassen, wenn ihr drauf auffasst, nicht in der Bauchlage, weil das Wasser durchkommt. Einfach mal aus dem Grundlage, wenn sie in der Grundlage zufrieden bleiben, dann könnt ihr euch noch mal eine Gießkanne nehmen, ich schmeiß sie mal einfach rein. Ich muss den jetzt mal durch, und ich bin dann noch mal die Gießkanne, da liegt aber irgendwo, achso, da sind die Glocke an der Spreise. Genau, aufhören, dann mit dem Teigchen. Ach Gott, einmal. Na, einmal mal die Gießkanne, ich gebe euch noch mehr. Lass Ben doch auch mal mit drauf. Schön. Oh, ist das gemein. Oh, was macht Papa mit dir? Was macht er? Oh, ich finde Polymer.